Welche der folgenden Antworten beschreibt am besten, wie die christlichen Europäer ihr Leben im Mittelalter sahen? Erster, wenn jemand schwer arbeitet, kann er oder sie reich werden und ein besseres Leben führen. Zweiter, es ist wichtig, die Schönheit in der Natur zu finden. Dritter, jeder Mensch ist gleichgeboren und sollte die gleichen Rechte haben. Vierter, es ist Gottes Wille, dass die Menschen in eine bestimmte soziale Klasse hineingeboren werden und dass sie im Himmel belohnt werden. Wie veränderten die Kreuzzüge die europäische Weltansicht? Erster, die Kreuzritter lernten andere Kulturen mit anderen Traditionen, Gütern, Ideen und Wissen kennen. Zweiter, die Kreuzritter erkannten, dass das Leben in Europa viel zivilisierter war als das Leben in anderen Ländern. Dritter, die europäischen Könige beschlossen, Händlern die Reise ins Heilige Land zu verbieten, weil diese Händler eine andere Weltansicht verbreiteten. Das Papsttum erkannte, dass die katholische Kirche die europäischen Könige nicht beeinflussen sollte. Benutze die folgenden Informationen, um Frage 24 zu beantworten. Die Pest hat zwischen 1347 und 1700 Millionen von Menschen in Europa das Leben genommen. Es war eine mysteriöse Krankheit, die Europa für immer veränderte. Die Europäer hatten verschiedene Erklärungen für ihre schrecklichen Effekte. Sternärzte glaubten, dass die Krankheit auf die Konstellation der Planeten im Himmel zurückzuführen war. Sternmanche hielten sie für eine Bestrafung von Gott. Sternandere glaubten, sie sei vom Teufel verursacht worden. Sternanige glaubten, dass sie durch das Verbrennen von Heilkräutern heilen könne. Sternandere behaupteten, dass kulturelle oder ethnische Gruppen von Menschen, die sich von ihrer eigenen Gruppe unterschieden, dafür verantwortlich waren. 24. Anhand dieser Informationen kann man feststellen, dass Erster, die Pest geholfen hat, Europa von unerwünschten Menschen zu entlasten. Zweiter, die Ärzte in Europa keine intelligenten Menschen waren. Dritter, die meisten Europäer nicht religiös waren. Vierte, Wissenschaft und Medizin waren in Europa im Mittelalter nicht gut entwickelt. Vierte, Wissenschaft und Medizin in Europa im Mittelalter nichtουμε. Aufw aus der Verkehrwebseimpare sind die Zahl der regarderung, die beherrennungen Menschen von ihnen 것을 trydven und vers attacken. Vielen Dank.